Ich bin gerade mit der IHK Pressefahrt in der Badewelt Sinsheim angekommen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgelegt. Für mich ist es das erste Mal hier. Ich bin gespannt, wie es drin aussieht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die 2012 eröffnete Badewelt Sinsheim ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Neben der Vitaltherme samt Sauna können die Gäste hier auch Palmenparadies und Strandfeeling erleben. Und das inmitten eines Naturschutzgebietes. Herr Baller, jetzt stehen wir hier mittendrin. Ich finde es wunderschön. Was macht denn das Erlebnis hier aus und was ist das Besondere daran? Sie sprechen es an. Wir stehen mittendrin. Wir stehen mitten im Paradies. Sie sehen, wir haben hier eine heile Welt mitten im Greichgau. Wir könnten jetzt auch am Mittelmeer stehen oder auf Mallorca oder irgendwo in der Karibik. Das macht es hier aus, unsere Umgebung. Wir haben hier eine Insel. Wir haben eine Insel der Erholung, der Ruhe. Für einen Kurzurlaub, für einen Tag Auszeit zu machen, rauszukommen, die Sinne runterzufahren, die Sinne aufzunehmen. Jetzt geht es ja nicht nur um Genießen und Erleben, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit. Das ist gerade in den letzten Jahren sehr hier auch in den Vordergrund gerückt. Was passiert da? Hier insgesamt, wir sehen es am Gebäude. Die Gebäudearchitektur ist schon eigentlich so ausgelegt, das ist wie ein Gewächshaus. Das heißt, Sie haben sehr positive Energiebilanzen durch die Sonneneinflüsse in den Glasbereich. Das heißt, hier sind wir schon per se energieeffizient. Wir arbeiten natürlich in Zukunft, wir wollen eine PV-Anlage installieren, wir arbeiten an Geothermie. Also wir entwickeln hier auch in die Zukunft. Das Thema Nachhaltigkeit steht heute im Fokus der Pressefahrt 2023 der IHK Rhein-Neckar. So führt unser Weg nach Dielheim zu St. Hyppolit. Das Unternehmen wuchs von der klassischen Mühle zum Futtermittelhersteller mit Visionen. Wir entwickeln hier Ernährungskonzepte für Mensch, Tier und Pflanze und versuchen aus den Kernkompetenzen neue Geschäftsfelder zu erschließen. Was wir jetzt hier sehen, das ist unsere Mühle, unsere alte Mühle, wo das ganze Pferdefutter hergestellt wird. Und wir haben jetzt neue Projekte eben mit der Insektenzucht, mit einer Lebensmittelproduktion, mit einer Biofermentation, einer biotechnologischen Abteilung noch aufzubauen und versuchen halt eben mit der Kernkompetenz Ernährung neue Projekte aufzubauen. Was macht das Thema so interessant? Das Thema Nachhaltigkeit. Ernährung, die Proteinversorgung der Zukunft spielt immer eine größere Rolle. Wir müssen gucken, dass wir einfach Lösungen anbieten, die in den nächsten Jahren interessant werden oder relevant werden. Ressourceneffizienz, Wasserschonung. Wir müssen die Umwelt schonen. Wir müssen wieder mehr Insekten in die Umwelt reinbekommen. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir die Umwelt besser behandeln, weniger Pestizide einsetzen, die Landwirtschaft nicht mehr so intensiv nutzen und einfach bessere Lösungen anbieten, die zukunftsausgerichtet sind. Für mich geht's weiter zum nächsten und letzten Stopp. Wir sind wieder in Sinsheim, diesmal bei Junker Filter. Eine Firma, die sich seit 1956 mit der Filtration beschäftigt. Herr Nuss, was unterscheidet Junker Filter von anderen Unternehmen in der Branche? Zum einen, dass wir relativ breit aufgestellt sind. Also wir beschäftigen uns nicht nur mit der Luftreinhaltung, sondern auch mit der Festflüssigtrennung. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt sicherlich, dass wir sehr viel Wert darauf legen, innovativ zu konfektionieren, innovativ zu produzieren und uns da eben auf die Nischenanwendungen und auf mittlere Stückzahlen konzentrieren. Das Besondere, hier wird teilweise noch per Hand genäht. Schwierig in Zeiten des Fachkräftemangels. Der Lösungsansatz, junge Menschen aus der Region anwerben. Wir versuchen sehr stark auf Ausbildung zu setzen, also nachhaltige Personalentwicklung. Da ist die IHK auch ein großer Partner, duales Studium. Wir versuchen da auch mit dem Thema Umwelttechnik, mit dem Thema Nachhaltigkeit, auch ein bisschen an den Idealismus der jungen Generation anzuknüpfen. Drei Unternehmen aus komplett unterschiedlichen Branchen, alle mit demselben Ziel, auf mehr Nachhaltigkeit setzen und regionale Arbeitskräfte fördern. Drei Energie植 색leien Drei Untertitelung des ZDF, 2020